Wir sind ein gutes Team und auch als Familie läuft es bei uns eigentlich ganz prima. Nur mit der Leidenschaft ist es nicht mehr so dolle. Wir kennen uns halt schon so lange. Das ist ein Satz, den ich in der Paarberatung so oder so ähnlich recht oft höre. Vielleicht ist es ja auch ganz normal, dass mit den Jahren die Anziehungskraft irgendwie nachlässt und es im Bett nicht mehr so läuft. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, auch wenn es in vielen Langzeitbeziehungen genauso passiert. Damit die Anziehungskraft und die Leidenschaft erhalten bleiben, ist es aber wichtig, einige Beziehungsgesetzmäßigkeiten zu beachten. Eines davon ist das Prinzip von Gas, Pedal und Bremse. Stellen Sie sich die Leidenschaft und körperliche Anziehungskraft in Ihre Beziehung vor wie eine Spritztour an einem Sportwagen mit vielen PS. Sie lieben den Rausch der Geschwindigkeit und der schicke Flitzer hat einiges zu bieten. Damit Sie aber diesen Rausch der Geschwindigkeit oder eben der Leidenschaft genießen können, brauchen Sie das Gaspedal. Wenn der Flitzer in der Garage steht, haben Sie nichts davon. Das Gaspedal in Ihrer Beziehung ist alles, was Sie aktiv tun, um die gegenseitige Anziehungskraft zu erhöhen und Leidenschaft möglich zu machen. Nehmen Sie sich Zeit für Romantik oder schaffen Sie Inseln der Intimität im Alltag? Gehen Sie ab und zu mal aus und machen sich füreinander schick? Gehen Sie auf den anderen zu? Senden Sie verbindende Signale? Machen Sie Komplimente oder werben um Ihren Partner oder Ihre Partnerin? Haben Sie gemeinsame Ziele? Kümmern Sie sich ausreichend um Ihre eigenen Bedürfnisse? Sind Sie auf Augenhöhe miteinander? Je mehr Sie in diesen Dingen aufs Gaspedal treten, umso anziehender werden Sie einander. Leider ist damit aber noch nicht alles gut, denn in jeder Beziehung stehen wir auch irgendwie auf der Bremse. Mangelnde Zeit füreinander? Ungeklärte Themen, die zwischen den Partnern stehen? familiäre Belastungen, dauernder Streit, gegenseitige Abwertung, Sprachlosigkeit, Verletzungen oder ein ungleiches Kräfteverhältnis und alte Kränkungen, die zwischen den Partnern stehen, bremsen unsere Leidenschaft und die Intimität. Kein Bock mehr auf romantische Stunden. Wenn solche und andere Themen längere Zeit die Beziehung belasten, und das geschieht sehr häufig in Langzeitbeziehungen, dann bremst das die Leidenschaft auf ein Minimum herunter. Es nützt Ihnen dann nichts, wenn Sie einen schicken Sportwagen haben, der theoretisch schnell fahren könnte. Je weniger Sie Gas geben und je mehr Sie bremsen, umso langsamer fahren Sie und umso leidenschaftsloser wird Ihre Beziehung. Und wenn Zärtlichkeiten, Nähe und Berührung sowie Romantik fehlen, wozu führt das? Genau, zu noch weniger Leidenschaft. Deshalb mein Tipp für alle, die die Anziehungskraft in Ihrer Beziehung wieder auf Hochtouren bringen wollen. Machen Sie sich klar, was Ihre Beziehung belastet und was zwischen Ihnen steht. Reden Sie miteinander und machen Sie sich ehrlich. Räumen Sie Ihren Beziehungsmüll weg. Wenn nötig, auch mit professioneller Unterstützung. Gehen Sie endlich von der Bremse und dann geben Sie Gas. Nehmen Sie sich selber wichtig. Gehen Sie auf Ihren Partner oder Ihre Partnerin zu. Schaffen Sie sinnliche Momente in Ihrer Beziehung oder verabreden Sie sich mal. So wie früher. Warten Sie nicht, bis irgendetwas passiert. Sind Sie selbst das, was Sie sich vom anderen wünschen. Dann klappt's auch mit dem Partner. Noch mehr Tipps zu Persönlichkeit und Beziehung finden Sie auf meinem Blog und Podcast www.leben-lieben-lassen.de und dort können Sie auch diese Folge nachhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Claudia Bechert.